Und Aluminium geht. Gut. Achso, ja, Obsidian könnten ja mehr sein. Habe ich noch Aluminium? Irgendwo. Zin, Zin, Iron, Bronze, Copper. Nein, schade. So, was kann ich denn jetzt bauen? Ah. Hey, ich habe ja hier mein schönes Zeug. Wie heißt das? Nein, hallo, Miet. Äh, um, Mieti. So, da haben wir das Inget. Und, wie kann man das bauen? Das war's. Man kann das nur darüber bauen. Dann hätte ich das Aluminium mehr machen sollen. Hm, oder? Okay, dann haben wir wieder unser typisches Aluminium-Problem. So, was kann ich denn daraus bauen? Ich wäre für ein Long-Sword, aber das kann ich nicht bauen. Und ein Large-Sword-Knife-Blade-Sword-Blade kostet 1. Das Full-Gard-Blade-Blade-Blade-Blade-Blade. Und ein Tool-Word kostet 0,5. Das kostet 3 Full-Gard-Blade-Blade-Blade-Blade. Und ich brauche, für ein normales Schwert, ja, so ein Teil, Fullguard Blättern, oder? Gibt es da von anderen Sachen? Ah, Required White Guard, steht nichts. Äh, es sieht so aus, als bräuchte man dafür eine Fullguard Blättern. Gut. Mache ich dann gleich. Das ist White Guard, das ist Cross, Fullguard. Super. Dann mache ich das aus dem Zeug da. Dann kann ich ja... Wo ist meine Fullguard da? So. Und dann habe ich jetzt eine ganze Stunde lang gebraucht, nur um so einen Scheiß zu bauen. Ähm, dann baue ich mir aber bitte auch ein Obsidian-Schwert da. Die bringen jeweils wieder zwei, das bedeutet zwei, vier, sechs, acht. Gut. Ihr seid fast fertig. Kann ich euch schon hinterher schicken. Ich hoffe, die Obsidian ist stabil. Wenn nicht, dann habe ich wieder einen Fehler gemacht. Hm. Dann habe ich so viel davon für billiges Obsidian hergegeben. Komm, komm, geht hoch. So, Fullguard Blättern. Boom. Aluminium-Fullguard. So. Sword Blade. Large Sword Blade. Ha. Die ist wieder da. Und ich brauche eine Tool-Rode. Und die mache ich am besten aus Aluminium-Brass. So, ich habe es sogar noch. Nein, habe ich ja nicht. Ich habe die ja weggeworfen. Ähm. Aluminium-Brass. Wieso nicht? Was sagt ihr? Ihr seid gleich fertig. Ich habe fast gar keinen... Obwohl, ja, ich habe noch jede Menge. An Lava. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Aber ich mache mir um die Zeit Sorgen. Denn diesmal... Obwohl... Aluminium ist wirklich scheiße. Nein, Obsidian ist scheiße. Das ist ja ganz am Anfang gewesen. Naja, das mache ich nicht daraus. Das ist doch überhaupt nichts. Ich tue das mal wieder raus. Aluminium. Oh, Goldinget. Ich würde es aus Aluminium-Brass machen. Mal gucken, wie das geht. Naja, jetzt habe ich auf jeden Fall... Oh, komm schon. Und jetzt habe ich zumindest etwas Obsidian. So. Ich mache das aus Aluminium-Brass. Das bedeutet, ich brauche 0,5 für die Tool-Rod. Weg damit. Weg damit. Und 8 Aluminium-Brass für das Wort. So. Ich hoffe, das geht. So, wie ich es mir vorstelle. Wenn nicht, ist das etwas... Ähm... Naja... Bescheuert. Die kommen wieder hier rein. So, was habe ich jetzt eine ganze Stunde gemacht? Ich bin sinnlos herumgeraufen, habe mein Haus repariert durch eine sinnlose Attacke. Äh, die durch eine sinnlose Attacke zerstört wurde. Und noch ein paar andere Sachen. So, perfekt. Das kann ich nicht machen. Nein. Nein. Ähm... Ich muss unbedingt... herausfinden. Ich glaube, aus Bronze. Aus Bronze kann man das garantiert machen. Aber wieso nicht aus Aluminium-Brass? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich verstehe so eine Menge nicht, aber das verstehe ich jetzt generell nicht. Scheiße. So. Das bedeutet... Bronze her. Da ist ein Bronze, da ist ein Bronze, Ingrid. Wir haben nicht viel. Gut. Sinn. Es gibt vier. Kappa, drei Kappa plus eins Sinn. Ah. Ich habe kein Kappa mehr. Doch, da. Gut. Drei Kappa plus eins Sinn, das ergibt vier. Dann haben wir hier. Eins. Sechs. Sechs. Ähm. Scheiße. Was wollte ich jetzt machen? Ähm. Neun. 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 Machen wir das einfach mal. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Komm, ich möchte das heute noch schaffen. Beeilte euch ein bisschen. Ich müsste jetzt gleich auch schon klingeln, wenn ich das richtig eingestellt habe. Ja. Ja. Aber ich ignoriere das mal. Ich mache das einfach mal schön zu Ende. Denn ich habe keinen Bock, jetzt nochmal zu warten. Und außerdem ist das jetzt so unnötig. Eigentlich ist die Folge wieder unnötig gewesen. Egal. Ähm. Ich habe euch unterhalten. Und ich habe Sachen auf YouTube hochgeladen. Es waren acht. Wieso waren das nur acht? Wieso nur sind das acht gewesen? Ah ja. Dann weg damit. Und die kommen wieder rein. So. Und drauf mit euch. Und dann mache ich auch mal zwei Tool Rots. Habe ich jetzt die richtige genommen? Ja. Large Sword Plate. Gut. Komm schon. Gut. Jetzt ist er fertig. Schön. Komm. Und. Ihr kommt wieder weg. Euch habe ich jetzt dabei. Plattern-Schist. Long Sword. Ja, natürlich. Jetzt habe ich das falsch gemacht. Das gibt es doch nicht. Okay. Ich würde sagen. Wir schließen das für heute ab. Denn. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr drauf. Nächstes Mal machen wir einfach mal was anderes. Mal gucken, ob das dann geht. Dann noch viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.